Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCFC Kaiserslautern, Dritte Liga 2019-2020, 36 Spieltag, RCFC Kaiserslautern gegen FC Fikoria Köln, Ergebnis 3 zu 0. Startelf von RCFC Kaiserslautern, Späitsch, Schad, Kraus, Schicknicker, Hecher, Bachmann, Bagat, Schäf 3, Starke, Kulwetter, Pick. Startelf von FC Fikoria Köln. Mezenhöler, Kokorogovic, Kratz, Haravik, Carles, Kelefish, Zakari, Wunderlich, Han, Handele, Bunyaku, Levanz. Das war's von RCFC Kaiserslautern gegen FC Fikoria Köln, Uhrzeit 21 Uhr 47.